Aufrüttelnd. Sehr liebe Leute. Kommunikation. Blumig. Cool. Es war voll eine coole Erfahrung, was für mich eine komplett neue Erfahrung ist. Und dieses Zusammenspiel von den Profis mit unserer Branche finde ich extrem genial. Und da wir eben so ein cooles Produkt haben, aber das haben wir nicht transportieren können. Und deswegen finde ich es eine super Gelegenheit, dass man da einfach mal einen Einblick bekommt. Der erste Workshop, der von Anfang an sehr professionell, sehr umfassend eröffnet wurde und ich mir dachte, wow, das ist ein echter Profis am Werk. Sehr interessant. Man hat einiges Neues gehört und man kann auch einiges umsetzen bzw. viele Tipps hat man bekommen und ist momentan in Arbeit auch ein paar Sachen umzusetzen. Ich glaube einfach, dieses eben sich zu definieren, was sind wirklich meine Stärken, was ist wirklich das, was ich vertreten kann und will. Und eben, wie kann ich diese Persönlichkeit oder wie ich mich immer dann am besten positionieren. Und somit eben den Kunden einen guten Benefit mitgeben auch. Positionierung. Wofür stehe ich mit meiner Firma? Wie sehen uns die Kunden? Das war für mich so prägend. Das hat mich Tage danach noch beschäftigt. Und das ist der Punkt, den ich sofort angehen werde, bestimmt. Wie man eben seine Produkte auch online gut präsentieren kann, unter anderem auch Storytelling und so. Also, das bin ich mittendrin im Anwenden. Eben, dass es eigentlich dieses sehr einfach ist, digital darzustellen, weil es einfach sehr dekorativ ist. Und ja, dass man das dann nur definieren muss, wie wir es am besten präsentieren. Im Prinzip machen wir alle keinen schlechten Job. Wir machen viele Dinge unbewusst und reden nicht drüber. Und das ist das Wichtige. Das heißt, nicht nur tun, sondern auch darüber reden, es zu kommunizieren. Wir sind nicht schlecht unterwegs, aber nur was kann er. Dass man auf Instagram wieder tolle Fotos machen kann und dass man auch mit Profi-Fotografen unter anderem zusammenarbeiten soll, weil das zahlt sich immer aus. Dass man tolle Fotos hat und wieder neue Sachen präsentieren kann. Dass Sie vorher Ihre Fragen deponiert haben, wir diese Fragen als Experten bekommen haben und wir damit schnell zueinander gefunden haben. Weil das hat einen schönen Rahmen uns gegeben, in die Tiefe zu gehen. Der Workshop hat mir sehr gut gefallen, weil ich noch nie so nah an einer Gruppe von anderen Handwerkern, Geschäftsleuten war wie den Floristen und mir eigentlich durch die Gespräche mit ihnen jetzt eine neue Welt ein bisschen offenbart worden ist. Ab und zu ja auch in deiner kleinen Gruppe, es waren sehr, sehr spannende Gespräche, die ihr geführt habt. Danke. Und eben ganz viel, was die Basis dann für die weitere Arbeit, glaube ich, schaffen wird. Montag ist Strauß-Tag. Die Sense aus dem Ganzen, dass es wirklich darum geht, dass man sich einfach klarer definiert, einfach als Person und als Unternehmen.